Ich muss noch ordentlich üben mit dem Schnapper, erlebe drei Kameraden wieder, fange fünf Zeugies mit dem Stachelkraut, ja das sollte machbar sein eigentlich, oder? Haben die es eingenommen? Die haben es eingenommen schon wieder, nein! Nein! Ich krieg's nicht hin! Ich krieg's einfach nicht hin! Aber ich bin halt kein Buddel-Experte, ich hab damals schon im Sandbogenbastelbauen verloren, ey! Ich hab da schon gefehlt, ohne Ende! Selbst damals hat man mich ausgelacht, ey! Marcel, du kannst ja nicht mal ne Sandbogenbauen, oh Gott, ey! Verschwinde bitte aus dem Sandkasten! Oh Mann, diese verkackte Drohne da oben! Wie ist das? Egal, ich hab zwei Leute mitgenommen! Ich hab zwei Leute mitgenommen, wenigstens! Aber irgendwie muss ich noch ein paar Teamkameraden retten! Das kann doch einfach nicht sein! Jetzt hau nicht ab! Alle, ne Schnecke auf sich! Nein! Ich wollte dich wiederbeleben! Alter, da hat ein Stein hin! Och Mensch, ey! Jedes Mal, guck mal, ich opfere mich ja selbst für die Leute, weißt? Ich bin ja ein richtiger Teamplayer! Im Fall, ey! Ich tu immer alles fürs Team! Ich tu immer alles fürs Team! Ey, ohne Wiss, ich war doch unter dem! Ich krieg das nicht hin! Das kann doch nicht sein! Wenn es rot wird, soll ich doch rauskommen oder nicht? Oder was muss man denn machen? Ich mach das einfach nicht! Ich mach das nicht! Ich mach das nicht! Ich mach das nicht! Ich mach es! Auf geht's! so alter diese drohen immer mitten im trichsgebiet ach mann der schnapper alter was haben die alle für geile Waffen eigentlich was ich eigentlich schon wieder der mit dem level es geht es geht eigentlich diesmal ist es mal ausnahmsweise mal keine freak lobby wir sind alle schon level 60 aufwärts ist ja krass er ohne leu ohne witzes leu hat er den jetzt auch nicht warum hat er den jetzt nicht verschluckt ich traf das einfach nicht ich habe mich selber getötet mit der scheiße hau nein hau katz ich wurde voll platt gemacht von der walnuss oh nein schnell jungs das ist Oh, shit. Ah, Mist. Ich hab da auch nicht ein bisschen was weggeholt, glaub ich, ne? Schnell, Jungs, schnell! Hat er, hat er, hat er! Linke Seite, Jungs! Scheiße, Mann. An den kommen wir nicht mal ran. Oh, Mann, ey, diese scheiß Drohnen. Die setzen sich aber auch geschickt ein, oder? Das muss man denen lassen. Das muss man denen lassen, den Leuten nur. Schnell, schnell, schnell! Oh Gott, das wird knapp. Boah, da haben sie jetzt alle weggeholt mit dem Tackling. Boah, habt ihr das gesehen, ey? Ja, Mann! Ich konnte es schaffen. Und dann stürzt er und ist gestolpert. Einer nur noch. Das war's, das war's. Der ist durch, der ist durch. Ach, shit. Wir haben noch verloren, ey. Knappe Kiste auf jeden Fall. Neeein! Sie haben's geschafft. Die Pflanzen wurden besiegt. Naja. Na gut, Leute. Soll's aber gewesen sein für dieses... Game. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen, Alter. Der 52 Abschüsse. Respekt. Mein guter Respekt. Na gut, Leute. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, liked die Videos und lasst vielleicht auch einen Kommentar. Da würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.